Hase, da muss ich ja fast den Sattel runterlassen. Seht ihr gut? Wir oder alle? Ja, alle. 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 von mir Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey, sind vorne die Beine, die heute nicht mehr hier. Heute kommt die Lunge nicht an. Ich merke mega schnell, wenn ich bergauf gehe, das Herz schlägt immer schneller. Ja, und dann plötzlich... Kannst du ihn aufmachen? Ja, und dann... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also da muss ich ja fast den Sattel runterlassen. Ohohoho. 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 Ohoho. Ohohoho. 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 Was ist das für mich? Oh, oh. meet meet turn to talk girl Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was ist denn, wie ist alles gefahren, was? Jetzt haben wir den München geschlossen. Hä? Ja? So, schon wieder beide hessig, oder was? Was ist denn wieder? Das ist ein Dauerzustand! Da fängt der Morgen an, wie hat die Zahn gespart auf? Bei mir hast du erst angefangen, nachdem du geschlafen hast. So, die Rage sind. Auf geht's. Poet ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh Das ist der Hammer da Genau so etwas sollte es doch am Seerücken geben Die Länge reicht und du musst ja nicht extrem ein Gefängnis haben wenn du mal Geschwindigkeit hast hast du genauso den Spass Du kannst Zeige bauen Sprünge, Lämpchen aber fast gerade dann strampelst du einmal rauf und kannst zwei zwei, drei Stunden lang abfahren, wenn du es richtig machst Wenn es nicht eine Stunde wäre Ja Es ist nur eine Stunde wenn du bis zwei Minuten runterkommst Ja Mittlerweile Ja Das ist Maskenfreitlich